Die neueste Podcast-Episode von Meinungsmonopol bietet einen exklusiven Einblick in die Welt von Thomas Kemmerich, dem Landesvorsitzenden der FDP in Thüringen. Im Interview mit dem Podcast-Gastgeber Robert Langer beleuchtet Kemmerich aktuelle politische Themen und gibt Einblicke in seine Sichtweise zu brisanten Themen, wie den Bauernprotesten, Demonstrationen gegen Rechts und der jüngsten Austrittswelle aus der FDP. Herzlich willkommen, Herr Thomas Kemmerich aus Thüringen. Schön, dass Sie kurzfristig Zeit haben für mich, weil mich treibt gerade aktuell was um. Wir haben Demonstrationen jede Woche, Bauernproteste, Unternehmer fragen mich, Mensch, wie geht es weiter? Die Politik dreht durch, die Leute wollen irgendwelche Lösungen oder ein bisschen Planbarkeit im Leben haben. Und jetzt aktuell kommt das Thema noch, wird Rechts mit Rechtsextremismus noch vermischt. Also es ist ein Tumult, was mich wirklich beschäftigt. Da würde ich gerne Sie fragen, wie ist denn Ihre Lage gerade? Wie sehen Sie das, wie schätzen Sie die Lage ein und was ist Ihre Meinung dazu? Ja, Gruß aus Erfurt, Herr Langer. Ja, ich bin auch sehr beeindruckt. Ich fange mal mit den Demonstrationen des Wochenendes an oder der letzten Tage, die ja immer unter dem Begriff gegen Rechts zusammengefasst wird. Also einerseits erlebe ich dort immer wieder, dass die Organisatoren dieser Proteste und auch vor allem die Sprecher auf diesen Protesten teilweise diejenigen sind, die den Grund auch dafür liefern, dass überhaupt so viel Unzufriedenheit herrscht. Und wenn doch darüber gesprochen wird, in Gendersprache als Ansprache an die Leute, jeder kann sprechen, wie er will, aber von der offiziellen Bühne halte ich es für falsch. Die Thematik, die doch gewählt werden, nämlich weiter offene Grenzen ohne zu fragen, also die Fragen, die die Leute wirklich bewegt und automatisch wird der Eindruck erweckt, dass all diejenigen, die jetzt nicht doch dieser Meinung sind, automatisch rechts sind und dieses Rechts wird ja direkt mit rechtsradikal und Schlimmerem verbunden, dann halte ich das für das völlig falsche Signal. Mal abgesehen davon, dass mit diesem alleinig medial auch dargestellten, oftmals medial dargestellten Protest gegen Rechts, dass es der einzig Gewinnbringende wäre auf diese Situation, erzeugst du das Gefühl, einer gegen alle oder alle gegen einen und das halte ich auch für falsch. Gerade, ich bin in Thüringen ja Vorsitzender der FDP, ich glaube, es ist für jeden wichtig, dass jeder weiß, wofür steht die FDP Thüringen, wofür steht Thomas Kemmerich. Und das kann nicht in einem großen, ich sage mal, Einheitsdemonstration, Einheitsaufruf untergehen, sondern da muss ich für meine Position selber werben und kämpfen und mich dafür einsetzen. Ganz im Gegenteil dazu jetzt die Bauernprotesten, die sogenannten, ich halte das schon fast für ein falsches Bild, die Bauern haben mit Aktionen auf sich aufmerksam gemacht, dem hat sich angeschlossen das Handwerk, die Spediteure, vielerlei Begriffsgruppen und ich kann das nur zu gut verstehen. Ich bin als Unternehmer selber im Handwerk tätig, ich kenne viele Spediteure und jetzt schauen wir auf die Situation. Seit Jahr und Tag wird immer neue bürokratische Belastung über all diese Betriebe ausgegibt. Gerade bei den Bauern, Düngeverordnung, Düngemittelverordnung, Glyphosatverbot, ja nein, Glyphosat ist ein Pflanzenschutzmittel, was in Nanogrüßen eingesetzt wird, was sehr wichtig ist, sonst muss ich häufig den Boden bearbeiten, ich will es nicht zu weit machen, aber es wird kein Verständnis da gemacht. Und dann wird über Nacht über diese Menschen und Berufsgruppen Entscheidungen getroffen, sie werden nicht beteiligt und sogar rückwirkend werden Entscheidungen getroffen, die sie nachhaltig in ihrer Existenz bedrohen. Und alle die Gruppen, die ich gerade genannt habe, die Bauern verdienen unseren Respekt, weil sie uns ernähren, die Spediteure versorgen uns, die Handwerker machen uns das Leben schön, etc. pp. Die verdienen einfach viel mehr Respekt von der Politik, die ich da vermisse. Und dann werden diese Proteste, die ich erlebt habe, als gewaltfrei, als gut organisiert. Dort wurde immer Rücksicht genommen auf Rettungsfahrzeuge, auf Lieferfahrzeuge für Arznei, auf Taxifahrten, die Patienten transportiert haben und, und, und. Also in keinster Weise zu vergleichen mit anderen Dingen, die wir in Deutschland erleben. Zum Beispiel denjenigen, die auf der Straße festkleben, die bewusst Verkehrskollaps herstellen, die bewusst Flugfelder zerstören, die bewusst Kunstjets in Deutschland, ja nicht zerstört haben, aber es auch angelegt haben. Die sind an unserem Brandenburger Tor verschandelt. Ich habe mal zu einem Reporter gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Bauer mit einem Traktor gegen das Brandenburger Tor fährt. Also der Schaden der sogenannten letzten Generation ist da deutlich höher. Aber das Verständnis, was öffentlich dargestellt worden ist für den sogenannten Bauernprotest versus andere Aktionen und auch der Aktion jetzt, da sind die für mich sehr nachvollziehbaren Proteste der Bauernschaft, die das nun mal initiiert hat, aber auch der Spediteure und der anderen Berufsgruppen viel wichtiger und nachhaltiger. Und was ich auch erlebt habe bei meiner Teilnahme, ist der große Zuspruch der Bevölkerung am Rande des Aufmarschs, wenn man das so, also die Traktoren sind durch Erfurt gefahren, dahin, wo sie dann am Ende ihre Kundgebung gehalten haben. Das war wie so ein Karnevalsumzug fast. Die Leute haben dann am Seitenrand gestanden, haben applaudiert, haben die Daumen hoch gemacht und haben auch mal akzeptiert, dass man mal fünf Minuten warten musste. Und ich glaube, das wird völlig unterschätzt. Und wenn wir, das ist ja Ausgangspunkt auch Ihrer Frage, wenn wir etwas tun wollen, die Stimmung von den Extremen dieses Landes zu befreien, von links wie rechts, und die Linken sehe ich auf diesen Demos aus des letzten Wochenendes oftmals zu sehr im Fundergrund. Dann muss ich aus der Mitte der Bevölkerung, aus der Mitte der Gesellschaft Vorschläge machen, die die Probleme derjenigen klein machen, die mit und an der Seite der Bauernschaft protestieren, und wenn es nur auch durch stille Zustimmung ist. Das ist unsere Aufgabe politisch, und nicht den einen zu verherrlichen, den anderen in die falsche Ecke zu stellen, sondern löst Probleme. Dann werden wir auch die Proteste der Bauernschaft nicht mehr sehen, aber nicht, weil sie keine Zeit mehr haben oder keine Lust mehr haben, sondern weil es ihnen einfach dann wieder besser geht. Und ich glaube, diese Zugversicht, diese Zukunftsaussicht, die müssen wir wieder gelten machen. Und dafür stehen wir in Thüringen, zumindest für die FDP Thüringen. Bei uns in Baden-Württemberg, jetzt im Raum Stuttgart hier, ich bin hier beruflich unterwegs. Ich habe vorrangig Kontakten zu Unternehmern, Speditionen, Gastwirte, also alles, was im Unternehmensbereich ist. Und da waren ganz viele FDP-Wähler dabei früher. Sie haben gesagt, sie sind skeptisch, ob das die FDP das Vertrauen hat, aber sie haben dann das Kreuzchen gemacht. Und wenn ich jetzt die Kunden besuche, dann kommt auch mal Politik ins Gespräch. Und dann stellen wir aber fest, dass die Themen, die sie haben, nicht recht sind. Die sind lokal, sie wollen was für die Umwelt tun, sie wollen was für die Familien tun, für die Gesellschaft tun, haben saugute Einstellungen. Aber mit diesen Einstellungen haben sie keine Partei mehr, wo sie wählen können. Sie fühlen sich, also mir sagen viele FDP, wählen sie nicht mehr. Da sind sie enttäuscht worden, hier bei uns in Baden-Württemberg, auf jeden Fall als meine Kunden. Und sie finden nur noch ins Thema Rechts, eine Lösung. Und das ist ja nicht die Lösung. Es ist ja halt eine Extreme. Wir geben den Menschen von Mitte bis konservativ, also bis in die normale rechte politische Seite, hier keinen Spielraum mehr. Und das sehe ich wirklich als Problem, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, die Analyse ist ja zutreffend. Wobei ich kann nur dann ihren Kunden unbekannterweise versuchen, Mut zu machen. Nicht ihre Anforderungen an Lösungen, nicht ihre Problematiken sind irgendwie rechts geworden. Tatsächlich findet sich zurzeit keiner, der sich dieser Probleme wirklich annimmt. Aber das sollte bitte keinen dazu bewegen. Ich verstehe auch manchmal die Verzweiflung, dann dabei blau tendenziell vielleicht zurzeit ein Kreuz machen zu wollen. Aber die werden das Problem auch nicht lösen. Man muss einfach auch mal hinter die Fassade der Blauen schauen. Wenn die flächendeckend Verantwortung bekommen, dann wissen wir auch, was da folgt. Die Investitionen werden zurückgehen. Die sind latent tatsächlich gegen Zuwanderung. Also so ein Energiethema ist ja auch eine große Frage. AfD spricht sich gegen die Skifahrgasgewinnung in Deutschland aus. Da sind sie an der Seite der Grünen, verrückterweise. Darf ich da nicht kleine Lanze noch einmal? Die wissen, dass das keine Lösung ist. Aber es gibt kein Spektrum mehr. Also sie sehen sich nicht mal vertreten. Also es gibt keinen, sie fühlen sich teilweise verlassen. Ja, ich habe dasselbe Beispiel oder dasselbe Erlebnis haben wir in Thüringen. Nun kennen mich die Leute hier in Thüringen als selber Unternehmer, als selber als Familienvater, also als selber, der mitten in der Problematik drinsteckt in diesen Dingen. Und da fällt es mir was leichter zu sagen, ich verstehe euch noch. Deshalb glaube ich auch, dass es uns was leichter fällt, hier eine Lanze zu brechen. Also man sollte gerade jetzt vielleicht bei den Leuten, die Sie ansprechen, nicht zu sehr auf Berlin schauen, weil ich weiß mit den Freunden der FDP im baden-württembergischen Landtag, Uli Rülke an der Spitze, Leute, die ticken da sehr nah, wie ich das auch tue. Ich bin auch mit Uli Rülke im Austausch. Und ich glaube, da haben sie auch noch sehr gute Vertreter für Mittelstand und die Probleme des Mittelstandes. Also da kann ich Mut machen. In Berlin, da dringen wir zurzeit wenig durch und da hat man auch manchmal den Eindruck, ich habe Stuttgart erlebt und die Äußerung von Lindner über die Bauern, die sich angeblich verrannt haben, nee, die Politik hat sich verrannt mit der Einschätzung. Also ich mache Mut, in Baden-Württemberg anzuklopfen, nachzufragen und das Gespräch zu suchen. Und dann werden wir auch über die Länder wie Thüringen, wie Baden-Württemberg und andere Kollegen, die da kämpfen, auch den Berlinern, die Probleme wieder nahe bringen, die tatsächlich vor Ort die Leute bewegt, ja fast bis an die Verzweiflung bringt. Und das ist sehr wichtig, dass wir da an der Seite der Leute stehen, weil Deutschland braucht die Zuversicht der Menschen, die Sie gerade angesprochen haben, damit die Zukunft in Mensch, in Maschinen und in die Zukunft Deutschland investieren. Und wenn die verloren geht und sich alles ins Private zurückzieht, dann schlittern wir in eine sehr, sehr tiefe Wirtschaftskrise hinein. Und das kann keiner wollen. Und dafür kämpfe ich jedenfalls jeden Tag. Das ist eine super Sache, weil jetzt in Baden-Württemberg, sagen wir mal so, wir haben immer noch die sieben Prozent in der, ja, wenn man es auswertet noch, wenn man schaut, wie viele Prozent zum Kern haben wir noch. Bei Ihnen oder in anderen Bundesländern ist es ja schon schwierig, da hat sich der Kern nicht so ausgearbeitet. Da spielen die Personen eine große Rolle und da bin ich guten Mutes mit Ihnen. Das ist ja eine starke Person, eine starke Persönlichkeit. Sie können vielleicht herausstechen noch aus dem Ganzen. Aber wir brauchen in der FDP starke Personen. Also ich bin der Meinung, wir müssen innerhalb der FDP ein bisschen mehr Meinungen zulassen im ganzen Bundesland, finde ich. Ja, absolut. Wir brauchen auch die Pluralität von Meinungen. Und das erleben wir auch. Es gibt auch eine riesen Ausflusswelle auf der FDP. Okay, darf man das auch nicht beschönigen. Holger Zastrow, langjähriger Vorsitzender in Sachsen, ist sehr bemerkenswert ausgetreten mit einer bitterbösen, aber zutreffenden Analyse der Situation. Ich sage nur zu jedem, der sich mit Austrittsgedanken trägt, bleibt an Bord, weil wir innerhalb der Partei für neue Mehrheiten sorgen. Und ich ermutige so Leute einzutreten, weil das Beste an politischer Partikipulation ist, einer Partei zuhörig zu sein und durch die Partei an der Willensbildung, so steht es auch in unserer Verfassung, teilzuhaben. Und ich sage es immer so ein bisschen salopp, wenn ich das nur denjenigen überlasse, mit denen ich noch nicht mal ein Bier trinken würde, dann kommen so Entscheidungen auf, die wir teilweise auch erleben. Also an Bord bleiben, eher noch eintreten. Kein Platz im Parlament bleibt nicht besetzt. Keine Partei wird eine Entscheidung nicht treffen. Aber je mehr wir alle, gerade aus dem Mittelstand, aus dem eigenverantwortlichen Lebensentwurf teilhaben an diesen Entscheidungen, je mehr wir uns auch unseren eigenen Lebensentwürfen wünschen, Problemanforderungen oder Anforderungen an Problemlösungen entsprechen. Also dabei bleiben. Ich kann auch jedem sagen, das geht mir auf selbiges, aber das ist ja keine Lösung. Das hat schon, wir müssen an Bord bleiben. Aufgeben ist keine Alternative. Nee, nee, also das ist eindeutig, also das mache ich auch immer Werbung, egal in welche Partei. Ich sage zum Beispiel immer, bei den Grünen sollten ein paar Wirtschaftsmenschen eintreten. Bei der CDU soll, die brauchen alles gerade. Und wir brauchen auch einfach verschiedene Meinungen. Und die müssen es aber auch ertragen dann, dass es eben eine Diskussion mal gibt. Ja, das muss auch die Breite, und das ist ja auch wichtig, wir vermissen ja die Leute, diese Monostruktur von Diskussionen. Nur eine Meinung ist richtig. Klar, mit Meinungsfreiheit, jeder darf äußern, was man will, aber wenn man öffentlich so sieht, was dann das Echo ist, dann denkt man, es gibt nur wenige Meinungen oder fast nur eine Meinung. Und das ist ein Problem, wo die Leute dann vermeintliche Alternativen suchen, die dann auch keine sind, weil dort sind die Monostrukturen noch viel, viel härter. Das will nur zurzeit keiner wahrhaben. Aber ich empfehle nur jedem, der damit liebäugelt, sich die Berichterstattung, vor allen Dingen die tiefgrüne Berichterstattung anzuschauen zum Europaparteitag der AfD in Magdeburg und was die vorhaben. Raus aus dem Euro, raus aus Europa, raus aus der NATO, raus aus allem. Deutschland irgendwie zurückschießen ins 70er-Jahre-Deutschland. Das kann keiner wollen. Auch keiner, der zurzeit berechtigt, Kritik übt an vielen Entscheidungen der Ampel. Okay. Ja, dankeschön. Bevor wir jetzt aufhören, können Sie noch ein Schlusswort machen? Was geht die Woche noch bei Ihnen ab? Oder was ist jetzt am meisten gerade, was Sie am meisten beschäftigt diese Woche? Ja, wir sind im Endeffekt siebeneinhalb Monate vor der Wahl in Thüringen. Ende des Monats haben wir Landtagssitzungen. Also hier ist jeder Tag ein heißer politischer Tag. Und erstmal ist tatsächlich, ich will aus diesem Panikmodus rauskommen. Das ist einfach viel Arbeit. Ich bin seit acht Uhr auf dem Bein, vier Stunden telefoniert, habe einen großen Betrieb besucht, habe heute die Mitgliedschaft zusammen. Ich will einfach, dass wir wieder mal alle bis zehn zählen, darüber nachdenken, was ist wirklich wichtig, die Entscheidungen treffen und Ruhe und Sachlichkeit hineinbringen. Also wir sind noch lange nicht am Weltuntergang, aber wir haben es in der Hand, schnell wieder eine vernünftige Bahn zu leiten. Insofern habe ich jetzt nichts Konkretes, was wir hier zu tun und zu lassen haben. Die Aufgaben sind so mannigfaltig, aber was Sie sagen, diese Unzufriedenheit, dieses Abwandern ins Private oder ins Extreme, das ist tägliche Aufgabe und das ist die Aufgabe der nächsten Stunden, Tage und Wochen und auch bis zum Wahltag. Und am Ende tatsächlich ein Ergebnis hier hinzubekommen in Thüringen, für die FDP in Thüringen natürlich auch, was in Zukunft demokratisch aus der Mitte Mehrheiten ermöglicht. Wunderbar, Dankeschön. Ich kann nur den Hörern anbieten, Sie sollten doch probieren, Sie zu wählen, auch wenn Sie noch unschüssig sind. Wenn Sie es dann schaffen und wenn Sie Ihren Wunsch erfüllt haben, wenn Sie tatsächlich es so erreichen, wie Sie sich es träumen, dann komme ich nach Erfurt und besuche Sie. Ich freue mich drauf, die Wette gilt. Okay, also ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Danke. Grüße an die Hörer. Vielen Dank. Dies war eine Produktion der Radical Live Studios. Nicht vergessen, folgt uns auf Spotify oder Apple Podcasts.